Und willkommen beim Let's Play von Titanfall, wie ihr so schön sehen könnt. Heute mal nicht alleine, sondern mit einem langjährigen Freund, wenn man es so nennen darf, Leferin. Ich wollte gerade sagen, er sollte auch mal Hallo sagen. Mal schauen, was wir heute für schöne Schlachten auf dem Tacho haben und ich würde sagen, Leferin, starte. Und er startet, und er startet, und er startet. Ah! Geil. Na, das sieht ja wahnsinnig gut aus. Ist aber nicht so. Ja, wenn ich mir unsere Gegner anschaue, das wird lustig. Naja. Und es dauert und es dauert und es dauert Also wie ihr seht, ich habe mittlerweile schon eine neue Stufe erhalten Zweite Generation Man fängt wieder von ganz von vorne an was richtig scheiße ist Man hat gar nichts mehr Und ich möchte lieben gerne meine Lieblingswaffe, die da die möchte ich wieder haben Und das dauert wieder Aber egal Ich werde mal so ablosen jetzt Dann wollen wir jetzt mal gucken ob der Ton und Audio alles pipapo vernünftig läuft Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das waren ja unsere Jungs Autsch! Rache ist ein Gericht, das am besten Eiskalzer wird. Die Besichtung eines feindlichen Trucks bestätigt. Jedes getaunt! Und das ist ein Gericht! Milo nach vorne! Milo nach vorne! Zwei, Charlie greift ein! Wir treten mit den beiden hohen Einsatzbereit. Ich kann's noch nicht. Irgendwann wird's wieder, aber im Moment bin ich absolut scheiße. Wir treten mit den 3.000 Sekunden Einsatzbereit. Vorsicht von hinten! Es ist zu spät, wird schon tot. Wir treten mit den 3.000 Sekunden Einsatzbereit. Wir treten mit den 3.000 Sekunden Einsatzbereit. Wasen Quickly und laden Sie vor? Hää, hä 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 hä! Erst, wir还是 noch nicht vor, wir haben keinen Hinweis. Ich kann das Kiebe zu übernehmen. Es ist stocking die Barsche. Das war mein grosser Verwungerungsraum. Geschütze angenommen. Wunderbar. Sie sind 3 zu 1 in Unterlegung des Warnung. Das geht nicht. Die Jungs sind gut. Ich schalte gerade einen Piloten nach dem anderen aus, aber der hat hier gerade nie müssen. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Die Flingspreen zu fassen! Wir haben gerade den Oga ausgesucht! An allen! Die Terroristenmachlos fertig! Wenn Sie den Flingspreen sofort umdrehen, müssen wir die Mission abbrechen! Der Land war. Stopp, stopp! Wasser umdrehen! Wir nehmen ihn. Bereit machen für Titanfall. W burned zu haben! Herr, tut mir das heute an! Wir haben ihn verliebt! Das dürfte in Ansatz! Auto-Titon attaquiert feindlichen Piloten. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das war ding Das waren drei oder vier Titanen, die da draufader waren das war zwar eine kurze schlacht aber wir machen doch ein durften gerade mal bei zehn minuten sein oder so von daher da können wir locker noch eine zweite schlacht hinterherziehen tja bitte nicht beschlechtig war das hast du doch jetzt gesagt ja der wird jetzt zurücksprung und gucken was ich für punkte höchstwahrscheinlich oder die haben alle bei pause gedrückt und guckt wie viele punkte wir da gemacht haben aber hey hallo bei dem gegner da war einer mit g8 oder sowas hallo hier neue elektrogranaten coca-cola russ ja nie ist klar hau doch nicht alle ab hier hau doch 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 so dann kommen wir jetzt zu unserer lieblings map muhaha hau 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 ha Ich bin hinter dir. Ja, scheiße, Granate. Pilot. Von rechts. Loser. Die Erteiten sind in zwei Minuten Einleitung bereit. Die Erteiten sind in zwei Minuten einleiten. Wir sind safe. Soldaten und auf der linken oberen Plakade steht ein Pilot. Aua, au, ach scheiße. Die Erteiten sind in sechs Sekunden Einlassbereich. Wie seid ihr? Die Erteiten sind in drei Sekunden Einlassbereich. Oh, da ist die Erteiten erwacht. Ja, und? Oh, die Verrückter mit der dicken Wummer. Aua. Die Erteiten sind abholungsbereit. Warte auf ihr Signal. nicht abholungsbereiten Die Ehrteiten sind. Verbündeter Pilot ein Trott. Achtung, die Miliz hat die Nase vorn, aber noch bleibt sein, die Initiative zu übernehmen. Kopf einziehen. Achtung, Verbündeter Pilot hat Ihres Hals verlassen. Oben links. Warnung, Schwerer Schäden gemeldet. Achtung, Verbündeter Pilot hat ihn. Den hab ich mit in den Schott gesucht. Oh Gott, ha! Achtung! Ihr Erlangungsweichen ist im Zweifel der Reise überreicht. Nein! Der ist für die Unterstützer, den nehmen wir. Die Tietan ist draußen. Ich lass ihn einfahren, der kommt gleich runter. Achtung, Pilot! Ich bin drin. Pilot down. Ich bin drin. Ich hab' den Wut vermuten. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Jo, alles klar. Oh, wir holen ja fast. Aussteigen. Bin raus. Wir erraten bei den Standorten. Wacht auf die Signal. Perfil autorisiert. Bereitsamt und beteilten vor. Asche ist gut. Weiterung auf Pilotensteuerung. Wartung, schläge Schäden gemessen. Wartung, ich hab' die Lauter als keine gekauft. Ah, ich hab da was auf mir rumhoxen. Ist weg. Ist nix. Mein Tutan ist im Arsch. Ach doch. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ja. Der Konf vom Typen runtergeschossen worden. Achtung. Wir sind ja alle vermieden, eine gute Idee. Der Kampf ist fast vorbei. Wir wissen, das bleibt wenden. Die Tampag. Ist nicht mehr tot. Du bist tot. Bin drin. Auf dir. Ah, runtergeschossen worden. Achtung, Titan von rechts. Achtung. Achtung. Wir kommen gleich vorbei. Wir müssen direkt runter. An alle. Achtung. Aber knapp. Tätig. Auf da oben geht's mal. Okay. Achtung. Keiner hat überlebt's. Achtung. 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 Ich glaub, da machen wir ein kleines Folgenpäusken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit Leferin? Oder ohne? Ich würd sagen mit, oder? Natürlich. Viel Bespast. Viel Begnügen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.